Ok, willkommen bei Session Music hier in Frankfurt am Main. Mein Name ist Oliver Hartmann. Zu meiner Linken ist die Heidi Ritter, unsere heutige Glücksfee. Zu meiner Rechten, der Olli, ihr kennt ihn alle, aus YouTube. Wir haben heute die Möglichkeit, jemanden richtig, richtig glücklich zu machen. Und zwar ist das jetzt unser Versprechen vom letzten Gibson Custom Shop Event, wo wir unsere neue Paula Folge gestellt haben. Und zwar hier diese schönen VOS Paulers. Peter, zoom noch mal ran. Ja, es sind noch zwei, drei da. Also klickt auf die Seite und schaut euch an, was noch da ist. Die Sache war die, man konnte teilnehmen an einem Gewinnspiel und konnte etwas gewinnen. Und was man gewinnen konnte, seht ihr in Ollis Armen. Nämlich eine Les Paul Custom. Keine SG. In Inverness Green. Und ich musste mir gerade sagen lassen, das ist eine Stadt am Loch Ness. Inverness. Man lernt nie aus. Wunderschöne Gitarre. For free. Und ich bitte einfach... Und laut. Und ich bitte einfach die Heidi, unsere Glücksfee, jetzt hier mal den Gewinner zu ziehen. Die Spannung steigt. Und der Gewinner ist... Frank Kleffmann. Frank, wir werden dich die Tage noch mal anmailen. Du wirst von uns Bescheid bekommen und dann darfst du dir die Gitarre hier abholen. Und dafür gibt es noch mal einen großen Tusch. Und bis dahin stimmen wir die Gitarre dann auch. Frank, viel Spaß mit der neuen Gitarre. Wir sehen uns hier vor Ort. Und ja, dann hauen wir rein. Das war's von uns. Session Frankfurt am Main, Olli Lohmann, Heidi Ritter, der Peter und der Mario. Macht's gut. Tschau.